Wollt das Dorf bei Magdeburg. Winter 2005. Die registrierte Arbeitslosenquote liegt nach wie vor über 20 Prozent. Andreas Ehrholt wohnt immer noch bei seinen Eltern und bekommt jetzt auch Hartz IV. Durch den Protest hat er viel gelernt. Was hat Ihnen das persönlich gebracht, so für Sie selber? Tja, für mich selber. Erkenntnis. Ich denke ja nicht, dass Sie jetzt nach materiellen Werten fragen wollten. Also materiell hat es mir nichts gebracht. Im Gegenteil, es hat gekostet. Aber, sagen wir mal, ideologisch hat es mir schon was gebracht, weil ich sehe, dass hier immer noch ein großer Teil an Klienten da ist, die noch Solidarität füreinander empfinden. Und das hat er mich eigentlich auch überrascht, Ende Juli. Weil ich dachte, über 14 Jahre, die Leute werden jetzt auch alle diese spitzen Ellbogen haben. Aber es ist noch nicht so. Und das lässt hoffen.